Willkommen auf dem Video. Dies ist eine Präsentation des Produktes Kategorien ORAG Dekor C354. ORAG Stuckleiste aus Polyurethan-Hartschaum. Hochwertige Zelleiste mit dekorativem Profil für Decke vorgrundiert. Leicht, extrem maßhaltig und sehr widerstandsfähig. Verklebung Für die Verklebung der ORAG Luxxos Profilleisten sind folgende Klebstoffe einzusetzen, Für die Stoßkanten und Gehrungen wird der ORAG Dekofix extra lieferbar in 80 ml, oder 310 ml Kartuschen verwendet. Für die Verklebung der Zelleisten an Decken und Wandflächen wird der ORAG Dekofix Pro eingesetzt. Für Außenarbeiten und Feuchträume wird zur Montage Dekofix Hydro anstelle von Dekofix Pro eingesetzt. Für weitere Details und bekommen ein tolles Angebot bei der weltweit größten Online-Händler Amazon.de, klicken Sie bitte auf den Link in der Beschreibung unten. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank.